Nachtflug Endru Grace Cristo Cristín No Hewie Kassel? Hewie IG, die Kassel-Gemeinschaft. Wie schön IG. Ist das vorher schon irgendwie rum? Warum überhaupt Kassel? Sind wir in Kassel oder was? Ja, einfach Kassel, ja. Ist das eine echte Heckfadere? Ja. Was soll denn dein Kassel? Ist es jetzt hier dunkler geworden? Ja. Ne, es ist nicht dunkler geworden. Ja, ich fang keine Autos mehr. Nein, hier ist irgendwo ein Lichtauto. Ja, einfach mein Handy. Ja, jetzt mit seiner Tussi-Telefon. Ja, klar. Jetzt voll rein stoppen. Voll geil die Lage. Das geht schon gut. Ja, also wenn der Anal ist, dann sieht man den Boden gut. Anal? Anal bestanden. Ja, im Anal bestanden. Jeder, was er hören will. Der versteht immer, was er genommen hat. Also aufgrund deist, was du sagst, ist der Arsch. Anal, oral, alles scheißegal. Fügt dich und schluckt, du Luder. Ich glaube, die Klampe hat festgeknutzt, dass es geht. Boah, das ist ja geil, ne. Aber die Blätter sind scheineteuer, ne. Ich glaube, 350 Euro oder so. Was kostet denn eigentlich 7 Monate Nachtflussblätter? Das sind ja teuer, oder? Die kosten 3,70 Euro. Ja, aber da kannst du echt nachts fliegen. Da ist das einfach nittig. Ja. Es ist Showtime. Genial. Und du kannst allen möglichen Scheiß programmieren. Kannst du die Roterblattschrift auch mit der Telemetrie verbinden? Dass er die Spannung anzeigt? Ist doch. Ich weiß nicht. Gibt's nur noch... Einschlag in 10, 9, 8, 7, 6. Mach mal. Kannst du die Seitenwicht auch? Mach mal. Hier auf... Knie hoch. Knie hoch. Knie hoch. Knie hoch. Knie hoch. Oh, Batman! Geil, echt geil. Entschuldigung, darf man nicht sagen. Doch, wo? Doch, darf man? Natürlich. Geil ist ein urdeutsches Wort für schön. Ja. Ehrlich? Nee, die Bedeutung von geil war noch, bevor sie sexuell erregt wurde, war sie schön. Deswegen hast du die Geildollerin, gell? Ja. Und die Freundin war schon, bevor sie sexuell erregt wurde, war sie schön. Genau so. Genau so. Du hast schon verstanden. Ihr kriegt alle keinen Alkohol mehr. Vor allem ehrlich. Und keine Westenspräche mehr. Vor allem hätte ich das auch ohne Alkohol gesagt. Der Christ kennt mich, gell? Auf jeden Fall. Ich schaffe noch ein paar Vorlagen für dich heute. Hahaha. Du magst von schön, dem würde ich geil machen. Hahaha. 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 Weißt du, das ist für die Steigerung. Hahaha. Hahaha. Das ist ja ein Widerspruch. Mit der Fugang übrigens. Super, echt super. Geil, gell. Und das gibt's noch in RGB-Farben. Also vollfarbig. Das ist doch RGB, oder nicht? Nee. Das ist grün und rot. Achso, RGB gibt's auch noch. Ja, das heißt halt, dass du vollfarbige Farben kannst. Ja. RGB RGB. Aber nur Nacktfotos. Hahaha. Das war's so. Mit Hängelbüter. Hey Frank, das wird veröffentlicht, das Video. Was soll meine Frau denken, was wir machen hier? Hahaha. Da war die Arabella hier. Hahaha. Boah, einfach Sahne. Boah, das geht doch nicht. Hallo? Hallo? Ja. Indro, danke, dass du gekommen bist und uns die Vorführung hier gemacht hast. Das war ja quasi alles, was da geflogen ist. Beeindruckend. Echt beeindruckend, ja. Super Leistung. Jetzt verwirrst du den Autofahrer da hinten. Hahaha. Ja, der Smiley am Himmel. Der ruft die Polizei rein. Hab nen UFO gesehen. Da fliegt ein Smiley rum. Ich hab das schon oft gedacht, wenn man früher schon richtig von hier so was... Mit der Ufa. Mit der Ufa. Boah, das ist ja so... Das bewegt sich vollkommen unnatürlich. Ich glaub, ein Bauer ist so zwei Kilometer weg, der super leer aus dem Fenster guckt, der macht ne Ufa-Meldung. Ja. 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 Aber wegen sieht man die Fetter bei dir gut. Wie viel bei mir. Mein Fetter ist so dunkel. Ja, das muss man auf die Farbe fahren. Ja, aber insgesamt kriegst du's hell. Nee. Nee. Das ist so fast. Das ist nicht vollkommen. Die sind cool. Die sind extra. Ja, fast 400 Euro. Das ist nicht so gut. Weihnachten kommt ja auch nicht. Nee. Frau. Meine liebe Frau. Jetzt weißt du, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Nee? Neue Kamera. Falls du dieses Video siehst. Neue Kamera Familie. Wär die Helis oder sie flettert! Die Helis. Ja, die Helis. Ein Zehnerpack. Es ist echt super Endro! Klasse! Super Vorstellung! Das war doch erst erst. Wir haben doch noch... Wir haben noch Zeit. Wir haben Zeit ohne Ende. Ach du. Jetzt hol ich meinen mal raus, der ist nicht ganz...